Wetter? Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Noch ein? Ja, Mann. Ui, Kai, oh. Fein. So ein Fettsack, du siehst aus wie E.T. Du musst aber ein bisschen... Er sieht wirklich aus wie E.T. Ui. Nee, fein ist denn. Ui. So, ich habe meinen Großeltern gerade erzählt, von dem Vogel, der gegen meine Scheibe geflogen ist. Und dann werden... Nee, gefügelt werden nicht. Und jetzt werden die Bücher von 1970 ausgeholt. Und jetzt wird nachgeschlagen. Opa hat auch ein schlaues Buch. Ein Grünfink ist es. Ein Grünfink, zeig mal her. Der sieht anders aus, ein Grünfink. Der links unten, oder was? Ja. Ja, das könnte sogar sein, ja. Könnte ein Grünfink gewesen sein. Sicher habe ich mir nicht. Aber Times Square in New York ist deutlich größer noch, ne? Ich steige einfach mal vor. Da mal ein oldschool Mario Kart Rage Video von mir. Es ist so zum Kosten. Es hat nichts mit gutem Fahrrad zu tun, wer hier die Platzierung macht. Ich steige mich. Ich steige mich. Ich steige mich. Vielen Dank.